So, ich habe neulich mal wieder gemerkt, dass ich mehr Demokonten brauche, bei denen ich was zeige. Vor allen Dingen sind das so Fälle wie, ich suche einen Shopify-Shop, wo ich ein Feed einrichten kann. Und dann gucke ich in unsere Kundenaccounts und die haben ja alle einen eingerichteten Feed. Das heißt, da würde ich eher was kaputt machen. Und dann bin ich so am Rudern, weil dann frage ich eine Anfrage von vor zwei Wochen. Hey, du brauchst doch einen Shopify-Feed. Da habe ich dir doch geholfen, kann ich das jetzt auf YouTube zeigen. Und dann sagt die Person, aber er ist ja schon eingerichtet. Wir müssen jetzt wieder alles rückgängig machen und so weiter. Also, bei solchen Dingen suche ich nach echten Accounts. Auch so ein Beispiel könnte Analytics sein, dass du sagst, Malte kann ruhig unsere Analytics-Daten zeigen. Die sind nicht so wettbewerbskritisch. Und ich kann dir versichern, ich bin da echt immer so, dass ich vorsichtig bin. Also, ich zeige das nicht so, dass dein Wettbewerb sofort sagen kann, ey, die haben den Gesamtumsatz in den letzten zehn Jahren gemacht. Also, da frage ich in der Regel nochmal nach, ob ich sowas zeigen kann, obwohl ich sowas meistens auch gar nicht brauche. Sondern nur die letzten paar Tage, dass ich da eben zeigen kann im Analytics. Diese Filter kann man setzen. So arbeitet man zum Beispiel mit der explorativen Datenanalyse. So kann man Funnel dort einrichten und so weiter. Oder, dass ich zum Beispiel nur zeige, wie man das Tracking bei dir einrichtet. Und ob ich da die eine Branche nehme oder die andere das Tracking einrichten, kann man überall gleich. Das heißt, das ist überhaupt nicht wettbewerbskritisch. Und ich habe jetzt hier dieses Formular erstellt, die Beispielkontenanfrage. Und den Link zu diesem Formular, den werde ich dir direkt zuschicken, wenn du mir bei LinkedIn oder bei Instagram schreibst. Das dauert dann ein paar Tage, bis ich antworte. Oder manchmal nur ein paar Stunden, dann kriegst du den Link zu diesem Formular hier. Eventuell tue ich ihn auch hier unter dieses Video. Aber ich bin immer ein bisschen vorsichtig wegen Spambots, die dann hier tausend Anfragen reinknallen. Aber eventuell ist er auch direkt hier drunter. Schau mal einfach in die Beschreibung oder als Kommentar angepinnt. Und dann kannst du das hier ausfüllen. Und das Coole ist, du kannst dann hier deinen Namen, dein E-Mail-Adresse, deinen Shop angeben und deine Google Ads-ID. Und ich kann nur sagen, die Google Ads-ID, da steht oft immer da, dass die kritisch ist, dass man die nicht rausgeben sollte. Aber die sieht im Prinzip jede Agentur, mit der du mal irgendwie zusammengearbeitet hast. Ich bin der Meinung und viele andere Google Ads-Profis auch, so kritisch ist das nicht. Das ist hier auch wirklich unsere echte Google Ads-ID. Ich bin damit nicht so vorsichtig. Wenn du willst, dass wir mit deiner Google Ads-ID vorsichtig sein sollen, dann kannst du das gerne unten erwähnen. Generell bin ich nämlich, wie gesagt, nicht so vorsichtig mit denen, weil in der Regel muss eine Anfrage ja bestätigt werden. Das heißt, du kannst die ruhig oder ich kann die ruhig öffentlich zeigen, wenn ich zum Beispiel in deinem Account was zeige. Und die steht oben, damit kann niemand was anfangen. Denn es ist wirklich so, dass du ja proaktiv zustimmen musst, wenn dahin jemand eine Anfrage stellt. Und ich habe schon hunderte von Male diese ID hier zum Beispiel gezeigt und ich habe noch keine einzige Spam-Anfrage dafür gehabt, für dieses Konto. Also sollte das eigentlich kein Problem sein, dass man Ads-IDs einfach zeigt. Das ist so das Einzige, was ein bisschen kritisch ist. Und dann geht es hier unten um diese Auswahlmöglichkeiten. Hier kannst du mir dann sagen, was ich zeigen darf. Zum Beispiel Merchant Center, zum Beispiel das Shop-Backend von dir. Und das kannst du mir dann alles freigeben an maltedrebsitepiloten.de. Zum Beispiel, wenn ich ins Merchant Center von dir gucken darf, dann gib mir das einfach frei an maltedrebsitepiloten.de, nachdem du dieses Formular hier ausfüllst. Dann klickst du hier an, was ich zum Beispiel hier angucken kann, wie zum Beispiel Google Ads zeitlich begrenzt. Hier haben wir zeitlich begrenzt, dann haben wir hier Google Analytics mit zeitlich begrenzt. Und dann zum Beispiel immer nur die letzten 30 Tage. Weil, wie gesagt, ich will vorsichtig damit sein, dass deine Wettbewerber nicht das Big Picture haben. Ich habe immer gerne einen Filter darauf auf die Daten, dass man, egal welches Konto ich jetzt zeige auf YouTube, dass es jeder nachmachen kann. Aber eben nicht du in einem bestimmten Wettbewerb einen Nachteil hast, deinen Wettbewerbern gegenüber. Also meine Tipps sollen bitte immer relativ generell sein. Es sei denn, du sagst, Meite, du darfst alles zeigen. Ich habe keine Angst vor Wettbewerbern. Am Ende kommt es ja auch sowieso, habe ich die letzten Jahre die Erfahrung gemacht, auf SoftUSP an. Deine Bewertungen kann der Wettbewerber auch nicht direkt klauen. Und das sind oft auch immer die Gründe, warum eine Kampagne gut läuft. Und die Hard Skills, die HardUSP, wie zum Beispiel, dass eine Pmax richtig eingerichtet ist, das ist eigentlich egal, mit welcher Branche ich das zeige. Also hier kannst du gerne noch Beschränkungen reintun, wenn du sagst, bitte wegen Wettbewerb die Daten filtern oder beschränken. Und dann kannst du mir hier auch sagen, Malte, ich möchte eine neue Suchennetzwerkkampagne haben. Warum? Ich möchte eine YouTube-Ads-Analyse, ein Tracking-Setup. Weil dann habe ich das später. So sieht es dann bei mir im System aus. Und habe dann hier einige Tickets und kann die sortieren. Zum Beispiel, wenn ich dann mal eine Display-Netzwerk-Setup mache oder eine Analyse oder eine YouTube-Ads-Setup auf YouTube zeigen möchte. Oder in unseren Kursen, dann kontaktiere ich dich und sage, darf ich das jetzt einrichten? Wenn du allerdings hier sagst, die YouTube-Ads-Analyse, die darf ich einfach machen. Und du sagst mir hier unten, kannst du einfach machen, konkrete Video-Idee und gehst hier unten auf Ja. Dann könnte ich das auch aufnehmen und einfach veröffentlichen. Wenn du dir das hier mal durchliest, damit mache ich mir das Leben extrem einfach. Dann muss ich dir das nicht mal zuschicken oder brauche ich nicht. Wenn du hier sagst, Nein, dann würde ich dir das Video vorher zuschicken. Allerdings spekuliere ich darauf, dass einige das hier ausfüllen und Ja anklicken. Weil dann habe ich einen noch besseren Video-Erstellungsprozess. Weil es gibt zum Beispiel auch Videos, da gehe ich durch mehrere Accounts durch und zeige, hier sieht die YouTube-Kampagne so aus, hier sieht es so aus, hier sieht es so aus. Und bei einem zeige ich dann zum Beispiel irgendwie ein Fazit. Und dann müsste ich halt drei Leuten Bescheid sagen, hier kann ich das im Video machen. Ich muss das Video vorher hochladen, sagen, hier können wir das so benutzen und so weiter. Und dieser Prozess, das funktioniert. Aber dann schaffe ich nicht so viele Videos und ich werde mich eher auf Accounts stürzen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich sage Ja, weil ich weiß, viele von euch vertrauen mir auch und sagen, ich weiß, Malte zeigt keinen Quatsch auf YouTube. Malte ist vorsichtig mit meinen Daten, dass meine Wettbewerber mir nicht alles abgucken können. Nur wie gesagt, mit der Google Ads ID, mit der bin ich oft nicht so vorsichtig. Aber auch bei der kannst du schreiben, hier bitte hier oben in den Notizen dann bitte Google Ads ID weichzeichnen oder unkenntlich machen. Und dann würde ich auch darauf aufpassen, dass wir in deinem Account was zeigen, aber die Google Ads ID zum Beispiel unkenntlich machen. Also gibt mir hier alle Informationen und dann gehe ich hier auf Submit. Und das Coole ist, dann habe ich das hier im Ascena. Und wenn mir 20, 30 Shops von euch sagen, ich kann zum Beispiel eine Feed-Analyse machen oder eine Produktanalyse im Merchant Center, dann kann ich gucken, wo sind coole Produkte, wo finde ich zum Beispiel mal einen Fehler. Und gerade bei Fehlern würde ich dir dann sofort den Fehler sagen und dann wahrscheinlich auch nochmal fragen, ob ich das so zeigen darf, wenn das zum Beispiel jemand anderes eingerichtet hat. Dann bin ich natürlich auch vorsichtig. Ich will ja hier niemandem zu nahe treten, aber wenn du sagst, Malte, auch Fehler kannst du einfach analysieren und zeigen, dann hast du natürlich durch meine Videos hier direkt eine Verbesserungsidee und profitierst so auch davon, dass ich die Auswertung anhand von deinem Konto mache. Von deinem Analytics-Konto, von deinem Merchant-Account, von deinem Tag-Manager-Konto oder von deinem Google-Ads-Konto. Und du siehst schon, das sind so viele verschiedene Accounts, dass ich mir oft selber nicht merken kann. Ich brauche wie so eine Matrix im Kopf. Die letzten Monate habe ich so viele Accounts analysiert, über 200, 300. Und da sagen ja auch manche, Malte, nimm ruhig meinen Account und mach das da drin. Oder Kunden sagen mir, Malte, du kannst ruhig alles bei YouTube zeigen. Aber das habe ich dann nicht vor meinen Augen mit dem Aspekt, dass ich dann ein Video machen will, zum Beispiel über Such-Netzwerk-Kampagnen, weil die Kunden haben dann ja schon eine Such-Netzwerk-Kampagne. Oder wenn es um die Einrichtung von einem Feed im Merchant-Center geht, da tue ich mich so schwer, weil wenn ich hier zu meinen Kollegen gehe, dann sage ich, ich brauche jetzt beim nächsten Kunden, der mit Shopify kommt und noch kein Feed im Merchant-Center hat, brauche ich den als Beispiel. Und dann kommt als Antwort, wir haben das gerade erst gemacht, Malte, du musst jetzt zwei, drei Wochen warten, bis wir mal wieder sowas einrichten und dann kannst du es bei YouTube zeigen. Und genau dieser Kunde sagt dann vielleicht, nee, ich weiß gar nicht, was Malte's YouTube-Account ist, weil viele von unseren Kunden wissen gar nicht, dass ich überhaupt einen YouTube-Account habe. Und da müsste ich dann erst erklären, was Website-Piloten ist und was YouTube ist. Also, nee, nicht was YouTube ist, sondern was mein YouTube-Account ist, was ich da mache. Und dann sagen die, nee, wir wollen das nicht, weil, keine Ahnung, ich kann die Gründe oft verstehen. Man ist vorsichtig vom Wettbewerb, ich kann aber immer nur sagen, wenn man die Soft-USP gut macht, dann werde ich diese gleichen Tipps dann eh mit einem anderen Konto zeigen. Also, seid nicht so zimperlich, Spaß. Ein bisschen aufpassen sollte man natürlich, aber ich bin auch immer vorsichtig mit euren Daten. Deswegen auch dieses Formular, wo du mir sagen kannst, dass ich irgendwas restriktieren kann. Auf jeden Fall freue ich mich dann mega, wenn ich bei mir durchs System gucken kann und finde deinen Account und sehe, ah, die Person braucht eine gute Suchnetzwerkkampagne. Oder du hast angeklickt oder hingeschrieben, dass du eine Feed-Analyse oder ein Feed-Setup komplett brauchst. Darauf spekuliere ich mit am meisten, dass ich auch mal was komplett einrichten kann. Gerade das Merchant Center, weil das ist ja bei vielen schon eingerichtet. Da freue ich mich dann, wenn ich da mal was komplett einrichten kann. Weil, wie gesagt, bei unseren Kunden ist das meist schon immer komplett eingerichtet. Und dann kommt eine neue Google-Ads-Oberfläche raus und ich muss ganz schnell Videos anfertigen. Aber eben mit dieser neuen Oberfläche. Und deswegen freue ich mich über Kontakte zu dir und weiß dann, was kann ich bei dir benutzen oder was hast du für Anforderungen und freue mich so über jeden Kontakt. Bis dann, dein Malte Helmholt. Bis dann, dein Malte Helmholt. Bis zum nächsten Mal.